Und weiter geht's hier bei Battlefield 1. So, dann laufen wir mal hier vor. Wir müssen ja hier den Wald ausspähen. Oh, die kommen. Nice! Okay, wo müssen wir lang hier, oder was? Scheiße, wir haben halt nur eine Pistole. Wo geht's lang, Jungs? Ich kenn den Weg nicht. Oh, was ist das? Oh, scheiße. Ein ausgebrannter Panzer. Kann ich mal den mitnehmen und in den Keller stellen? Aha, da ist nix. Kommen die? Ja, die kommen. Okay, da kommen die nicht durch. Dann müssen wir hier wohl lang. Was? Scheiße, wie konnte er uns... Oh, fuck, da sind Wachen. Oh, oh. Erkundung der Sackler, um Gegner zu sichten. Oh, scheiße. Oh, oh, das sind einige. Fuck. Wie soll man da durchkommen? Den da drüben könnten wir vielleicht ausschalten. Können wir hier unten durchklettern? Das müsste doch gehen, oder? Wenn der dem... Was? Kommt der nicht durch? Ernsthaft? Au. Au, 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 au. Ich hab mir den Draht in den Arsch gepikst. Schnell weg hier. Wo ist der Typ? Der ist da. Und nachkampf. Zack. Den haben wir. Oh. Den nehm ich. Coole Bumme. Boah, scheiße. Was? Wie hat der mich denn jetzt entdeckt, bitte? Oh, oh. Oh, oh. Wie viel hier einfach Sinn? Können wir hier vielleicht einen anlocken? Äh, einen bitte. Ne, drei. Oh, fuck. Wir müssen mal back. Ich bin nicht hier. In einem Baum. Oh, fuck. Der bleibt stehen. Der läuft weiter. Dann nehmen wir erstmal den hier. Was? Wie hat der mich gesehen, bitte? Fuck. Okay, jetzt geht's also rund. Jetzt müssen wir uns halt hier durchschießen. Scheiße. Oh, fuck. Oh, Gott. Die haben zwei Geschütze. Dagegen können wir natürlich nichts machen. Ich hoffe, der Panzer kommt gleich. Den haben wir. Okay. Die kommen mit dem Panzer. Gibt's hier irgendwas, was wir brauchen können? Komm schon. Oh, ne Schrotflinde. Die nehm ich. Hallo. Oh, nein, 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 nein. Ja, die schaffe ich, du Penner. Fuck. Wie hat der mich gesehen? Ich hab mich in dem Baum versteckt. Hallo. Weg ist frei, glaub ich mal. Danke. Okay, also müssen wir jetzt hier reparieren. Okay, mach mal. Lass mal hier nachladen. Die Schrotflinde ist echt nicht schlecht. Geh voraus und führe uns durch. Aber wir gehen nicht zu weit nach vorn. Okay. Also müssen wir wieder vorrennen. Au. Wie soll ich durch, wenn ihr mir hier die ganze Zeit im Weg steht? Der Kollegen. Ich lauf mal hier links lang. Ja, okay. Wir müssen uns helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Ja, okay. Okay, hier. Jetzt müssen wir halt langsam machen. Bisschen sneaky-beaky-like. Ach du Scheiße. Wir haben doch auf Q ein Fernblast, glaube ich, ne? Da ist einer. Oh, Kacke. Okay, hier ist keiner. Oh, oh. Die sehen uns gleich scheiße. Mist. Bisschen rumkriechen hier. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht sehen. Wir können uns auch einfach durchballern, aber... Hallo. Mist. Auf jeden Fall sind die alarmiert. Komm schnell runter hier. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin gar nicht da. Okay, der kommt jetzt zu uns. Na, komm, wenn der näher kommt, können wir ihn ausschalten. Komm. Komm zu, Papa. Zack. Schlaf. Gut. Oh, fuck. Den können wir ausschalten. Komm schon. Gute Nacht. Oh, fuck. Wie viele Soldaten hier einfach sind. Komm, das muss er doch gehört haben. Ernsthaft? Der geht doch mal nachgucken. Ah, jetzt geht er endlich mal nachgucken. Okay, der ist abgelenkt und... Zack. Den können wir auch mal mitnehmen. Oh, scheiße. Ich glaube, der entdeckt uns jetzt. Jawohl. Nur noch zwei. Da vorne, den da. Ich hoffe, der entdeckt die Leichen jetzt, ne? Gunder. Mit der Schaufel in den Rücken. Akupunktur like sand, ne? Gunder. Autsch. Hey, du! Alles in Ordnung? Gunder. Okay, jetzt nur noch einer da vorne. Den können wir auch wegballern jetzt. Oh, shit. Aber da waren doch noch mehr. Mist. Autsch. Scheiße. Ich dachte, ich habe alle erwischt. Au. Lass das, Mann. Du bist ja ein toter Mann. Sage ich doch. Boah, wir haben uns alle erwischt. Gut, jetzt müssen wir auf den Panzer warten. So, na komm. Na komm schon. Hab ne die ganze, ne Ewigkeitszeit hier. Komm, ich nehme jetzt einfach mal die hier mit. Ja. Mal nachladen. Ah, da ist ein Zelt. Da gibt es auch neue Waffen. Was ist das? Ein Schraubenschlüssel? Aha. Brauche ich nicht. Habe ich schon. Könnte ich mir hier was nehmen? Nee. Okay. Ist das nicht die gleiche? Ah, ich dachte, die hat einen Schalldämpfer. Na ja, danke. Ja, dann mach mal. Können wir was trinken? Moment. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber wir gehen nicht zu weit nach vorn. Alles klar. Komm, dann rennen wir mal. Schon wieder ein kaputter Panzer. Oh, schon wieder so ein Lager auch. Du Scheiße. Da ist einer. Mal markieren. Der kommt jetzt zu uns, oder? Scheiße, die haben uns schon... Müssen wir uns echt durchballern. Fuck. Sollte ich eigentlich gerade vermeiden, aber... Den Hammer. Oh, fuck. Na komm. Oh, shit. Wir sind fast tot. Den nehm ich mit. Ich hoffe, der Panzer kommt jetzt. Oh, man. Ich muss hier kurz ausharren. Boah, fuck. Das war echt knapp. Wo denn? Aua. Fuck. Oh, shit. Die heizen uns ganz gut ein. Oh, Gott. Ne Granate. Weg hier. Hier. Krieg ich denn eine Granate zurück, Jungs. Alter, bin ich ein Noob. Ich treff ihn gar nicht. Oh, Scheiße. Der Panzer ist down. Oder? Nein. What zum Geier. Nur weil der blöde Typ da einfach hochkam. Oh, Scheiße. Wir sind alle müde. Aber du musst uns doch bald den Weg gehen. Also abwaschen. Ja, ja. Ich geh mal links rum. Jetzt hab ich wieder nur die Schrotfländer. Da oben ist doch einer drin, oder? Da ist einer. Komm, der? Ah, komm. Und ciao. Den haben wir. Ich weiß halt nicht, wie viele hier sind. Jetzt geh doch mal gucken, Kollege. Der da vorne sucht uns auch Scheiße. Müssen uns beeilen. Alter, die suchen uns alle irgendwie. Schnellen. Schön anschleichen an den Kollegen. Und guten Tag. Ich war es nicht. Mal aufmachen hier. Schon wieder so ein Scheiß-Schraubenschlüssel. Hahaha. Oh, fuck. Oh, shit. Den haben wir. Mist. Wo denn? Fuck, da hinten. Nee, du bist ein toter Mann. Jawohl, den haben wir auch. Black Bass kommt, jawohl. Wo denn? Mal reinballern hier einfach. Boah. Haben wir es ja alle? Scheint so nice. Braucht ein bisschen eine andere Wumme oder ein bisschen Muni oder irgendwas. Muss es doch irgendwas geben. Mal nehmen wir mal die hier. Gibt es hier nicht irgendwas, was wir mitnehmen können? Ah, da. Oh, eine Granate. Das ist natürlich allerliebst. Und hier. Hallo. Ah, zwei Schuss. Okay. Okay. Uh. Ui. Aha, zwei Schuss. Okay. Ich hab' nur noch 17 Schuss in der Wumme. Scheiße. Nicht übel, Edwards. Gleich sind wir raus aus dem Wald. Mhm. Aha. Ja, ja. Scheiße. Ja, mach das so. Nee, die haben einen Panzer. Den Hammer. Oh fuck. Hier kriegst du eine Granate. Die schenke ich dir. Den Hammer. Jetzt schnapp mir uns mal. Jawoll, wir sind weggeflogen. Wir haben die Beine weggeschossen. War's das jetzt? Oh, hallo. Was ist da was Schönes für mich drin? Oh, Hallöchen. Ein Sturm-MG. Was ist das? Warum hab ich da nur 14 Schuss? Die muss doch immer noch. Alles klar. Oh, yeah. Alles klar. Dann gehen wir mal durch hier. Ist da einer drin? Was ist denn das? Graben. Den brauche ich nicht. Dynamit. Nice. Schraubenschlüssel. Den Hammer. Jetzt steppt der Bär hier richtig. Oh, Hallöchen. Komm zu Daddy. Okay. Oh, fuck. Fanta. Au. Oh, fuck. Komm schon. Black Bass, hilf mir. Ach du Scheiße. Hier geht's richtig ab gerade. Oh, fuck. Wir müssen die Bunker auseinandernehmen. Oh, Scheiße. Nein, lass mich. Oh, fuck. Einen HP. Wir haben noch ein HP, Alter. Jawohl, das haben wir. So. Da unten ist noch einer. Den Hammer. Au. Scheiß, das mach ich einen Drahtzaun immer. Hast du eine Ahnung, Kollege? Wir werden aber. Fuck. Mal nachladen hier. Du kriegst einen schnellen Tod, mein Freund. Was, was wird nicht sein. Dann kommt Versterbung. Wo denn? Sterb. Mein MMG hier. Oh, fuck. Und runter. Wir dürfen jetzt offen auf dem Feld stehen. Der ist irgendwo. Bleib mit Läger. Wir gehen keine anderes Läger. Wir gehen keine anderes Läger. Und runter. Wir dürfen jetzt offen auf dem Feld stehen. Haha. Na komm doch. Zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Den Hammer. Oh, scheiße. Wir müssen die Black Best reparieren. Warte mal. Wir können doch das Geschütz hier nehmen und den anderen Panzer dann kaputt machen, oder? Wo ist der? Komm, wir müssen mal die Black Best reparieren. Nein! Ich wollte ihm Dynamit vorne dranlegen. Scheiße. Oh, Mann. Okay. Jetzt müssen wir schon wieder alles machen, hier. Und aufmachen hier, bitte. Nix. 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 Okay, die Black Best ist da. Jawohl, ein bisschen Muni, ne? Oh, fuck. Schnell hoch, ja? Wir müssen das Feldgeschütz ausschalten. Den haben wir. Komm, wir schnappen es uns mal. Na komm, wo ist das denn? Komm, wir gehen mal schnell den Panzer reparieren. Komm, wir müssen schnell reparieren gehen. Ja, ich repariere erst mal. Ciao. Der brennt auch. Was ist da? Okay, das ist Dynamit. Moment mal, ich kann hier Dynamit ein bisschen hinlegen, ne? Guten Tag, Jungs. Haha. Da. Wo denn? Oh, fuck. Oh, fuck. Und hoch, schnell. Oh, fuck. Da kommt noch ein Panzer. Boah, wir haben echt gerade Probleme. Wo ist der scheiß Panzer? Hier, friss mal ne Granate. Jawohl, den Hammer. Wo ist der andere? Wo ist der da? Feuer! Nachladen, schnell nachladen. Feuer! Jawohl, den Hammer auch. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Erstmal repariere ich das Ding hier. So. Das war ausgezeichnet, Edward. Du kriegst einen Orden, wenn wir das hier überleben. Dankeschön. Das ist ein artiger Riss. Bitte nicht. Bitte nicht. Was, etwas, was? Sir, sie braucht 19 Kürzen. Na, super. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du das, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Ups. Oh, scheiße. Was immer. Wes braucht es scheint, da unten in dem Dorf zu sein. Na, schön. Gehen wir kurz. Gehen wir. Viel Glück. Viel Glück. Nein, am Arsch. Was, sie? Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Da greifst du es nicht, Finch, Pritchett, wir alle. Wir fahren die ganze Zeit am Arsch. Wenn sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen, als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, sie zieh einfach ab. Feigling. Oh, wir müssen also da runter in das Dorf. Na super, da müssen wir runter. Naja. Gibt Schlimmeres, ne? Da müssen wir runter, da in das Dorf. So, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit